Erstmal lese ich euch vor, was ist der Stand der Dinge für die, die überhaupt nicht wissen, was Phase ist und dann gucken wir mal, dass wir das Ganze hier aufgearbeitet kriegen letzten Endes. Also fangen wir erstmal so an, was ist heute Nacht passiert. Der Pro Wrestling Insider hat folgendes gepostet. Pro Wrestling Insider has confirmed with multiple sources that WWE's Ricochet has given notice that he intends to exit the company when his current contract expires this summer. We are told that Ricochet is expected to be written out of WWE storylines very soon in advance of the contract expiration. Ricochet is currently part of WWE's Raw brand. And over the course of his WWE run, Ricochet has had the Intercontinental Championship, United States Championship, NXT North American Championship and was the inaugural WWE Speed Champion. He and Aleister Black won the 2019 WWE NXT Dusty Rhodes Tag Team Classic. Ja und 2018 hat er seinen Vertrag unterschrieben und hat vorher schon Erfahrung gehabt bei New Japan, Evolve, Dragon Gate, Lucha Underground, Prince Puma natürlich die große Nummer gewesen. Ja und jetzt ist dann Schluss tatsächlich und er ist auf dem Weg nach draußen. Ist das was, was dich insgesamt jetzt überrascht hat? Mich hat tatsächlich viel mehr überrascht, dass Ricochet so unfassbar lange bei der WWE war. Also ich habe mich schon vor Jahren gefragt, Entschuldigung, was will der Mann noch da? Weil das muss man einfach mal so sagen, das ist ja ein großartiger Wrestler. Also wenn man jetzt mal wirklich nur In-Ring auch bewertet, sicherlich einer der Größten. Also was man von dem in der Vergangenheit für Matches gesehen hat. Und der kann sein absolutes Höchstlevel bei WWE gar nicht abrufen. Das ist für mich völlig klar. Plus er passt vielleicht auch nicht, das muss man auch sagen, ganz so gut zur WWE, wo halt auch jetzt aktuell unter Triple H noch mehr diese ganze Hollywood-Story-Art irgendwie gepusht wird. In der Ricochet vielleicht nicht der stärkste ist, was Promos angeht, was eine Geschichte erzählen, die über das Wrestling-Match hinaus geht, angeht. Deswegen wundert es mich, dass er nicht längst gesagt hat, Mensch, also zum Beispiel bei AEW, da legen die ja den Fokus doch schon wieder mehr auf meine In-Ring-Leistung. Da ist jetzt zum Beispiel auch ein Osprey, mit dem er übrigens auch schon ein fantastisches Match auf die Beine gestellt hat. Also auch da müsste man vielleicht mal überlegen, ist das nicht vielleicht dann die Bühne, auf der er eher der Ricochet sein kann, den wir eigentlich alle sehen wollen. Nämlich wenn wir die ganzen Matches von vor WWE-Zeiten auch noch im Kopf haben oder auch von NXT, wo er auch noch mal ein bisschen mehr zeigen konnte. Dann ist das mit Sicherheit die weisere Entscheidung. Deswegen, ich bin überhaupt nicht überrascht. Ich frage mich nur, warum es so lange gedauert hat. Aber ich, das muss man auch dazu sagen, ich bin jetzt ja, ich sage einfach mal gerade so, AEW, ich weiß natürlich jetzt auch nicht, ob es wirklich AEW wird. Das ist ja auch nochmal so ein Ding. Du hast gerade Will Osprey reingeworfen. Will Osprey hat sich ja zum Beispiel stark gemacht vor ein paar, ist gar nicht noch einher, ich glaube zwei Wochen oder so, hat er gesagt, ey, Ricochet sollte unbedingt zu AEW kommen. Ja, du, es ist auch wirklich das einzig Sinnvolle, also wenn du dir die beiden Companies anguckst, was da jetzt auch für Matches dann wieder drin sind. Bei WWE, mir fällt jetzt wirklich gerade niemand ein, wo ich jetzt gesagt hätte, boah geil, da will ich jetzt unbedingt noch ein Match mit Ricochet sehen. Wenn der jetzt neu und frisch bei AEW aufschlagen würde und es zumindest auch viele Jahre her ist, dass er gegen einige von den Namen im Ring stand, dann würde ich auf jeden Fall sofort, könnte ich dir ein paar aus dem Hut ziehen, wo ich sagen würde, boah, habe ich da Bock drauf. Also das will ich jetzt unbedingt sehen. Und das ist bei WWE nicht mehr so. Da ist er noch, er ist halt der Spotmonkey, der im Zweifel im Rumble irgendwie einen geilen Spot vielleicht mal zeigen darf. Wir erinnern uns. Aber das war es dann auch. Ansonsten legt er sich viel hin. Ja, er war jetzt irgendein C-Klasse-Champion. Mir völlig egal, machen wir uns nichts vor. Wirklich, also Speed-Champion. Tobi, es tut mir leid, aber für mich ist das nichts. Das ist, kannst du auch genauso gut irgendein Tournament im Cruiserweight-Bereich gewinnen, das nach zwei Jahren keiner mehr am Schirm hat. Völlig egal. Also tatsächlich, Ricochet hat den ein oder anderen Spot schon bekommen. Ich denke bei Ricochet tatsächlich sofort an, was war das, Super-Showdown 2020 oder so, Brock Lesnar, wo er ein Championship-Match kriegt, was das war, und halt wirklich innerhalb von fünf Sekunden weggefetzt wird. Das war natürlich die McMahon-Ära. Jetzt sind wir in der Triple-H-Ära. Auch da hat er natürlich zum Beispiel davon profitiert, dass es bei Raw-Match Zeit für Wrestling-Matches gibt. Aber ich weiß nicht, ob ihn das jetzt so in der Art und Weise gerade glücklich macht. Ich habe im Hauptkampf mit Sliwo, habe ich betont, am Ende des Tages ist das halt immer eine individuelle Entscheidung. Wenn für ihn das Wichtigste ist, in der Nähe seiner Gattin zu sein, Samantha Irwin, die Ringsprecherin von WWE, dann bleibt er dort. Wenn er wirklich Bock hat, abzuketschen, dann geht er woanders hin. Und jetzt hat er sich halt dazu entschieden, woanders hinzugehen. Ist dann aber jetzt nicht verwunderlich, dass WWE ihn dann aus den Storylines rausnimmt. Das ist dann jetzt überhaupt nichts Verwerfliches. Das ist auch so in Ordnung. Und ganz ehrlich, am Ende des Tages, gut für ihn. Denn, also er hat eine Alternative gehabt demnach und hat, denke ich jetzt dann, entweder Bock in den Indies zu arbeiten oder halt wirklich, es wird AEW. Als Sliwo mich gefragt hat, Tobi, worauf hast du denn Bock? Sollte er zu AEW gehen? Da ging es auch um Chad Gable. Da hat er gefragt, wo sollten die beiden in deinen Augen hin? Und ich habe gesagt, nicht zu AEW, weil das AEW-Roster schon so voll ist. Ich will dort keinen Menschen mehr sehen. Ja, wenn schon Leute wie Jay White und so untergehen. Die Vorstellung daran, dass Ricochet jetzt auch zu AEW geht. Gut, kannst du jetzt sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass er dort untergeht und jetzt kein großer Player wird, ist auch relativ groß. Auf der anderen Seite schreiben mir AEW-Fans auf Twitter, für die AEW-Zielgruppe ist das perfekt. Und ja, die sind dann happy, wenn der bei Rampage den Main Event hat und da irgendwie in 15 Minuten gegen Ray Fenix was abreißt, was auf Cage Match eine 9-5 kriegt. More power to you. Also dann ist das so. Das ist dann jetzt nichts, was mich als Fan, was da irgendwas verändert. Und ja, am Ende des Tages soll Ricochet machen, worauf er Bock hat. Das ist jetzt kein Verlust, der WWE irgendwie wehtut. Und ich glaube, es wäre jetzt auch, wenn er zu AEW geht, nicht so, dass es für AEW in irgendeiner Art und Weise irgendwas verändern würde jetzt groß. Also es wäre ein weiterer sensationeller Wrestler in einem Roster mit sensationellen Wrestlern. Und natürlich, AEW ist das Produkt, was where the best wrestle, mehr auf Wrestling ausgerichtet wird. Und natürlich passt er da prinzipiell erstmal besser hin. Ob Ricochet da jetzt der absolute Megastar wird, weiß ich nicht. Aber es gibt ja auch einfach Superstars. Muss ja auch nicht jeder der Megastar werden. Muss ja auch nicht jeder der Super World Champion werden. Wenn der da als Prinz Puma auftaucht, kann das trotzdem schon mal ein geiler Moment werden. Und wenn er nebenbei noch gut Geld verdient, dann ist das doch für Ricochet erstmal ganz geil. Also erstmal glaube ich, dass der Mann jetzt ja auch schon, lass mich jetzt nicht lügen, 35, 36 ist, ohne nachzuschauen. Also müsste auch schon Mitte 30 auf jeden Fall sein. Ricochet ist 35, ja, guter Guess. Ja, genau, 35. Das heißt, der weiß jetzt ja auch gut so lange kann ich auf diesem Niveau meinen Stil, den er nun mal hat, auch gar nicht mehr worken. Das heißt, wenn er jetzt nochmal was abreißen will, dann geht er jetzt zu AEW. Und das ist ja jetzt nicht so, mein Gott, wenn du jetzt WWE den Rücken kehrst, jetzt gerade in der Triple H-Ära, dass es dann heißt, du darfst nie wieder zurück. Wenn er dann irgendwann jetzt in zwei, drei Jahren nochmal sagt, ach komm, dann mach ich da ein bisschen Trainerzeug oder so bei der WWE, da ist jemand mit den Fähigkeiten mit Sicherheit auch ein gern gesehener Gast. Also ich glaube nicht, dass er sich da irgendwas verbaut und dass es jetzt eine Lebensentscheidung ist und er dann sagen müsste, oh, ich bin dann für die nächsten zehn Jahre weg von meiner Herzensdame. So ist es ja am Ende des Tages auch nicht. Übrigens, weil du gerade auch Chad Gable angesprochen hast, ich finde, da müssen wir ganz klar unterscheiden. Den würde ich definitiv auch nicht bei AEW sehen wollen. Ist auch ein großartiger In-Ring-Worker, aber der hat noch Qualitäten, die halt eher für WWE wichtig sind, die Ricochet einfach nicht mitbringt. Das heißt, der ist ein geiler Storyteller, der hält schöne Promos, wie ich finde, also hat auch eine abgedrehte Art in sich, die man als Comedy schön ausspielen kann, aber kann auch ernsthaft Storys erzählen. Das heißt, den sehe ich bei WWE langfristig auf jeden Fall noch in guten Rollen, die man bei AEW für ihn halt nicht so hätte. Bei AEW wird er vermutlich, also sorry, wird ihn da einreihen in eine Riege mit vielleicht Roderick Strong, Trent Barretta, solche Wrestler, die alle mit Sicherheit richtig geile In-Ring-Worker sind und die auch vielleicht sogar ein bisschen Story erzählen können, aber da gar nicht so wirklich zum Zug kommen. Bei Ricochet, das ist ja nicht verschwendet, weil er kommt bei WWE auch nicht zum Zug. Wie lang war der jetzt da? Der ist das NXT-Programm durchlaufen, wo man eigentlich ja auch lernt, gute Promos zu halten und so weiter. Chris hat gerade auch in den Chat geschrieben, das war einfach am Ende dann immer noch zu bad bei WWE, was man da so promotechnisch von Ricochet mitbekommen hat. Von daher, es ist kein Verlust in dem Sinne, weil er in dieses Universum nicht so ganz reinpasst. Und dann ist es doch für alle Seiten am Ende das Schönste für uns als Fans, die das Schönste an Ricochet nochmal erleben können, nämlich unfassbar geile Matches für AEW, was darauf ausgelegt ist, geile Matches zu promoten. Und für Ricochet selbst, weil ich glaube, da kann er mehr glänzen. Ob er jetzt der absolute Megastar da wird oder nicht, er wird trotzdem uns besser im Kopf bleiben als Fans, weil er da sein volles Potenzial abrufen kann. So würde ich es, glaube ich, zusammenfassen. Ja, ich habe auch im Hauptkampf gesagt, allein deswegen ist auch alle, die AEW verteufeln und sich wünschen, dass die Company weggeht, so geht ihr halt mal weg. Nur deswegen hat Ricochet dann überhaupt eine Alternative, die auch ansatzweise das Geld zahlen kann, was WWE zahlt, wenn Toni Kahn nicht mittlerweile sogar mehr auf den Tisch legt, dementsprechend. Ich bin gespannt, ob die wilden Toni Kahn-Tweets aus den letzten Tagen damit zusammenhängen, dass da irgendwas vielleicht sich ergeben hat, dass Toni Kahn, oh mein Gott, ich habe Ricochet, jetzt haue ich in die Tasten. Keine Ahnung, ob das zusammenhängt, aber trotzdem, keine Ahnung. Vielleicht wird Ricochet Trios-Champion mit Comana und Rallistico. Bitte auf. Bitte auf. Vielleicht kommt er in irgendein ultra, ultra krasses Tag-Team oder vielleicht wird er doch auch Singles-mäßig durchstarten, weiß ich nicht. Ich glaube generell, wenn du jetzt dir überlegst, als Prinz Puma kommt der rein, das ist ein Act, das ist so ein klassischer AEW-Act, der kommt raus, der hat mind-blowing-Matches, das ist dann so dreimal cool und danach kommt aber dann nichts, was nochmal andere Fans flasht, außer die, die dann auch wirklich einfach nur diese mind-blowing-Matches sehen wollen. Und das ist auch voll in Ordnung, also überhaupt kein Front, das ist voll okay. und Ricochet hat da Bock drauf. Wenn er wirklich überhaupt erst zu AEW geht, also wir reden jetzt die ganze Zeit drüber, als wäre das safe. Ich lese zum Beispiel im Chat jetzt wieder von Simoko, vielleicht geht er auch zu TNA. Nee, wissen wir ja nicht, das Ding ist halt, wenn er zu AEW geht, selbst dann kann er ja auftreten bei CMLL, Triple A, der kann zu New Japan gehen. Deswegen ist halt AEW da immer sehr weit oben in der Konversation, weil AEW, der die Freiheit gibt, auch einfach bei anderen Promotions zu arbeiten. Deswegen glaube ich, ist das schon was, was ihn eigentlich am ehesten reizen dürfe, weil weder TNA noch New Japan und so weiter, die werden nicht das Geld sein, was Tony Khan zahlt. Tony Khan, der gibt einfach, weil er kann. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das die mit Abstand realistischste Lösung ist. Das ist auch mein Feeling, also tatsächlich auch wegen Geld. Ich glaube auch, das ist jetzt natürlich auch wieder alles einfach nur in die Tüte gesprochen, ich habe keine Ahnung, ich glaube das nur. So ein Ricochet, der wird ja jetzt auch nicht, ohne mit irgendwem schon Gespräche geführt zu haben, die Branche ist jetzt auch nicht so groß, also ohne da irgendwie schon was gehört zu haben, ey, wir könnten dich vielleicht bei AEW hier für dick Geld, also der wird jetzt nicht seinen WWE-Vertrag quasi auslaufen lassen und sagen, so und dann schön bei TNA für einen Apple und einen Eye wrestlen. Das glaube ich nicht, also dafür ist der Mann auch dann doch irgendwie international trotzdem noch ein zu großer Name. Und ey, eine Sache, die man bei AEW vielleicht auch nicht ausschließen sollte, weil du gerade schon gesagt hast, im Worst Case ist er mit Realistico und sonst wem irgendwie Trios-Champion, bitte nicht. Aber hey, ich fände es auch ganz cool, bei AEW haben wir nun mal unfassbar viele Fractions, also Stables, wo ich mir auch vorstellen könnte. Ich kritisiere das oft bei AEW, dass die zu viele davon haben, aber für manche Leute ist das auch ganz geil. Also wenn er jetzt in irgendein Stable gepackt wird und er ist vielleicht mal hier in einem Stable, stelle ich mir gerade bei The Elite vor oder sowas, das fände ich gar nicht so uncool, ihn mal mit Anzug zu sehen, wer dann nur ganz selten mal so einen 450 auspackt oder sowas. Hey, könnte auch cool sein. Also denkt mal drüber nach, dass der Typ vielleicht nicht immer in dieser Rolle bleiben muss, in der wir ihn jetzt die letzten zehn Jahre gesehen haben. Manche machen jetzt die Diskussion auf, hat WWE ihn verspielt? Ist es ein Fail, wie er bei WWE war? Ich habe ja gerade schon ein bisschen vorgelesen, Intercontinental Champion, US Champion. Klar, für das ganz große Ding hat es nicht gereicht. Gegen Brock Lesnar gab es halt eine Standortbestimmung von wegen, nein, du bist überhaupt kein Big Player. Und du hast ja schon gesagt, WWE ist nicht die Liga dafür. Ich finde, verhältnismäßig für einen Highflyer hat Ricochet bei WWE durchgehalten, gut durchgehalten. Bei NXT war er der krasse Typ für die Wow-Momente. Ich erinnere mich da an irgendwelche Leather-Matches bei irgendwelchen Takeovers, wo er halt komplett eskaliert ist. Und damit hat er schon seinen Eindruck gemacht und hat, glaube ich, auch viele Fans dann begeistert. Klar kannst du aus so jemandem mehr machen, aber da möchte ich wirklich nochmal sagen, es ist nicht so, dass WWE ihm gar keine Chance geboten hat. Man hat dem schon hin und wieder Programme gegeben. Wo halt über die Promos dann klar wurde, er ist jetzt nicht der Nummer-Eins-Talker, der Nummer-Eins-Storyteller, sondern seine Stärken liegen halt ganz einfach im Ring. Und das ist auch voll okay so. Aber ich glaube nicht, dass WWE ihn dann gefailt hat, sondern er hat einfach eine gewisse Grenze im WWE-System erreicht. Und WWE erwartet ab einem gewissen Punkt, dass du ein Storyteller bist, dass du Promos hältst, dass du Geschichten erzählst. Und da ist er halt im Ring besser als am Mikrofon. Ist halt so. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass WWE ihn gefailt hat oder so. Nee, du, das mit den Chancen stimmt. Und man muss dann auch sagen, das tut mir leid für Ricochet, aber mir sind seine Title-Runs überhaupt nicht in Erinnerung. Also ich weiß, dass er mal Champ war, Intercontinental zum Beispiel, aber ich kann mich an diese Zeit, also an ihn als Champion, nicht so gut erinnern. Ich erinnere mich, was Ricochet angeht, an Matches, an Spots. Ich erinnere mich nicht an Storys mit ihm. Das ist auch, hier bei Nana Joe schreibst du auch gerade rein, Royal Rumble Spot mit Logan Paul. Ja klar, sowas habe ich natürlich im Kopf und das wird auch für immer in meinem Kopf sein. Und deswegen meine ich, der Typ ist gut da aufgehoben, wo er noch viel mehr von solchen geilen Spots produzieren kann, die uns im Kopf bleiben, weil er eben nicht der ist, der uns mit dem Mikrofon, mit einer Story Dinge zaubert, die im Kopf bleiben. Hey, das sind zwei Arten Wrestling zu machen, die mich beide unterhalten. Und wenn die eine eher deins ist, dann push verdammt nochmal alles, was du hast, genau auf diese Richtung. Ja, ich habe übrigens gerade noch parallel, sehe ich gerade noch ein spannendes Update. Und zwar hat der Wrestling Observer, das ist auch noch ganz nett, gerade Folgendes gepostet. Ricochet und WWE Situation currently up in the air. The relationship between WWE and Ricochet might not be done yet, after all. After reporting came out Saturday night that the current Speed Champion had given his notice to WWE that he would not be returning once his contract expired this summer, our Dave Meltzer is reporting that according to those close to the situation, everything is up in the air. The initial PW Insider report had cited multiple sources in stating the 35-year-old had told WWE he was not coming back after his current deal was up. Since that report, this is the first indication that might not be the case. The news had some excited that Ricochet could potentially rematch with old rival Will Ospreay in AEW or perhaps returning to the ring to New Japan Pro Wrestling. Ricochet has been in WWE Systems since January 2018, bla 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 bla. Und seine Fiance, Samantha Irwin, ist ebenfalls WWE-Ring announcer. Das zeigt, da ist auch noch nichts final. Final ist erst, wenn Ricochet wirklich woanders aufgetreten ist und sein WWE-Vertrag ausgelaufen ist. Erst dann ist das final. Bis dahin, glaube ich, sehen wir, kann sich dann hier, wie in dieser Sekunde, alles auch noch mal ein bisschen ändern. Das ändert jetzt nichts an dem, was wir gesagt haben, prinzipiell. Aber es zeigt, das ist halt erst dann wirklich Fakt und final, wenn Ricochet irgendwo anders aufgetaucht ist. Ist spannend. Wrestling ist immer spannend. Ich lieb's, ich lieb's. Ich bin gespannt, was passiert. Ich bin gespannt, was ich, wer da drin sind. Ich bin gespannt, was ich da itself gehört. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020